hallo zusammen heute aus der werkstatt und zwar habe ich hier eine wemo 45 px das ist eine kompressor kühlbox von uns und die zeigt wenn man sie einschaltet minus 15 grad da lässt sich auch nichts verstellen ich kann die jetzt zum beispiel von der spannung trennen dann geht sie aus ich kann die wieder anschließen und dann kommt wieder minus 15 grad celsius wo liegt das problem das ist ein produktionsproblem und zwar kann ich hier das ganze display ich kann muss die schrauben die schrauben die schrauben aber vorher muss ich noch den griff demontieren kann ich das ding lösen ausgesteckt das war nicht die absicht wenn ich dann hier rein guckt dann ist das hier das kabel von der temperatursonde und hier auf dem man sieht zwar schon nicht ganz schlecht hier steht usb und hier steht ntc und das ist der usb und das ist der ntc dass die zwei stecker sind verkehrt ich muss den ntc das ist der fülle den muss ich auf den füller stecken und den auf den normal und jetzt sehen wir hier die temperatur von 22 grad das fliegt hier alles ein bisschen weg und der kompressor läuft der ventilator läuft also das ist ein problem was wir haben jetzt zum ersten mal seit vier jahren fünf jahren seit wir diese box haben da hat der chinese diese stecker verkehrt eingesteckt punkt weil diese box aber auf minus 18 grad eingestellt war hat man bei uns nur kontrolliert läuft der kompressor läuft die anzeige und so weiter und das hat einer bei uns bei der kontrolle hier übersehen ja das ist alles und ich wünsche euch hier ein anderes video über störung suche was ist wenn da zum beispiel nur a minus sowieso angezeigt wird und ich wünsche euch einen schönen tag